Danke, ich bin hier nicht für den politischen Teil, ich bin für lustig. Aber wenn es an mir gehen würde, ihr könntet euch den kompletten Staatshaushalt aufteilen. Vielen Dank! 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 sagt er, das scheint bei den Arbeitgebern nicht klar zu kommen, weil sie negieren den Aufwertungsbereich und vergleichen euch mit Verwaltungsbeschäftigten, die noch nicht mal die gleiche Qualifikation nachweisen, von wegen die gehobenen und gestiegenen Anforderungen und Aufgabe von Tarifvertragsparteien ist, solche Differenzierung festzulegen und das ist die Aufgabe, in dieser Tarifauseinandersetzung. Es hat fünf Verhandlungsrunden, drei Streitwochen gedauert, bis die Arbeitgeber festgestellt haben, dass sie noch nicht mal sein Angebot vorgelegt haben, also nicht nur negiert haben, dass aufgewertet wird, sondern noch nicht mal bereit waren, das zu tun, was unsere Aufgabe ist, nämlich Eindruckierungsverhandlungen zu führen und ich glaube, damit ist euch klar, mit welchen Arbeitgebern wir es zu tun haben. Ja, liebe Kolleginnen und Kollegen, es sind nicht irgendwelche Arbeitgeber, es sind eure Oberbürgermeister, eure Personalchef, eure Kultusministerin und Mitgliedstafe, liebe Kolleginnen und Kollegen, Landwirte und wer auch immer. Und die verweigern euch, aus welchen Gründen auch immer, den Erfolg, obwohl sie auf Parteitagsreden ganz was anders erzählen, und ihr wisst das schon, wir haben eine Koalitionsvereinbarung zwischen CDU und CSU und der SPD, die lautet, soziale Berufe, Pflege müssen aufgewertet werden, wir wollen in der Bundesrepublik Deutschland Frauenberufe besser zu bezahlen und dafür stehen wir als Tarifvertragspartei gerne bereit und wir rufen den Politikern zu, dann sagen wir eure Oberbürgermeister und meine Landräte, die sollen sich bewegen. Wir haben hier bekommen, wir haben knapp drei Tage mit der Vereinigung kommunaler Arbeitgeber verhandelt. Das Ergebnis ist gewesen, dass Dr. Böhle gesagt hat, was wollen die denn überhaupt, nachdem klar war, dass das vollkommen inaktaktabel war, was sie uns vorgelegt haben, wir haben doch in allen Bereichen was vorgelegt. Stellt euch vor, für den Bereich der Behindertenhilfe, es geht um Fachkräfte für Arbeitsmarkt und Berufsförderung, um Gruppenleitung und meistens in der behinderten Arbeit haben sie von uns verlangt zu sagen, welche der drei Gruppen denn aufgewertet werden sollen. So, liebe Kolleginnen und Kollegen, geht das nicht, es geht um alle Tätigkeiten. Ja, und es ging weiter bei den Sozialarbeiterinnen und bei den Sozialarbeitern. Wir sollten entscheiden, welche der beschäftigten Bereiche diejenigen, die in der Familienhilfe, in der offenen Jugendarbeit, die in dem allgemeinen sozialen Dienst sind. Wir sollten entscheiden, ob einer oder ein Euro mehr bekommt oder nicht. Wir haben gesagt, nein, dafür stehen wir nicht zur Verfügung. Wir wollen eine Aufwertung des Berufsbildes, auch in der Sozialarbeit in der Bundesrepublik. Ja, es wird ja der Vorwurf auch als Organisation gemacht, dass wir viel über frühkindliche Bildung, pädagogische Facharbeit in den Kindertagesstätten berechnen und kommunizieren würden. Nein, liebe Kolleginnen und Kollegen, die Benauern und Nachteiligen dieser Republik sind behinderte Menschen. Und die Arbeitgeber wollen die Behinderung fortsetzen, indem sie die Beschäftigten, die für behinderte Arbeiten für negativ behandeln wollen, nicht aufwerten wollen. Liebe Kolleginnen und Kollegen, auch für die streiten wir. Wir sind eine solidarische Organisation. 1,5 Millionen junge Menschen sind in der Bundesrepublik Deutschland ohne Ausbildung. Die Kinderarmut hat zugenommen. Wir sind ein Migrationsland geworden. Wir haben Stress in einzelnen Kommunen. Und wer ist denn derjenige, wer sind denn diejenigen, die für diese Gesellschaft dafür sorgt, dass junge Menschen trotzdem noch eine Perspektive bekommen? Das sind doch diejenigen, die soziale Arbeit leisten. Und die sollen nach Arbeitgeberauffassung nicht aufgewertet werden. Und deshalb streiten wir nicht nur für den Behindertenbereich, sondern auch für soziale Arbeit in der Bundesrepublik Deutschland. Es ist uns gelungen, dass wir die Eltern die ersten Wochen an unserer Seite hatten. Die Frage, die man sich ja mal stellen muss, wieso sind Eltern nicht bereit, auch mal sechs- oder siebenwochenstreik auszuhalten? Liebe Kolleginnen und Kollegen, wir müssen den Eltern sagen, wir streiten nicht nur für deren Kinder, sondern wir streiten auch für die Urenkel, weil die brauchen auch irgendwann mal vernünftige Erzieherinnen. Und wir streiten deshalb über ein Berufsbild, das wir scheinbaren sein. Ja, leider war in den letzten Tagen dann auf einmal zu hören, ja, es geht ja nur um den schnöden Mama. Ja, liebe Kolleginnen und Kollegen, das machen andere Berufe doch auch, die reden nicht darüber, sondern sie besorgen sich das. Und ihr wisst das, ihr habt das von uns schon gehört, die gleichen kommunalen Arbeitgeber, die nicht bereit sind, euch aufzuwerten, schmeißen anderen Beschäftigten 1.000 Euro im Monat hinterher, weil sie am Arbeitsmarkt ansonsten keine Beschäftigten bekommen. Und deshalb muss man dann auch mal sagen, man darf auch für Geld auf die Straße gehen. Ja, wenn das für Chemieverarbeiter, Metaller durchaus akzeptiert wird, dann muss das auch für Dienstleistungsberufe und nicht nur für euch, sondern ich sage das mit Bedacht, auch für unsere Postkollegen und Kollegen, die abgewertet werden sollen. Und wir stehen auch den Kolleginnen und Kollegen an der Seite, weil die haben das nicht verwertet. Ich glaube, dass es sich nicht umläuft, in einem Kommentar in der Süddeutschen Zeitung, eine Journalistin, die das überschrieben hatte, und eine Boom-Range ohne Boom-Löhne. Der Tempo ist relativ klar. Sie sagen eigentlich alle, diese Beschäftigten hätten das verdient. Und sie schließt damit, wo bleibt der große bundespolitische Aufschrei beim Arbeitskampf in den Kitas? Wenn die Bahn streikt, schlägt der Bundesverband der deutschen Industrie Alarm. Es geht um Millionen Schäden. Die Kanzlerin, der Wirtschaftsminister schalten sich ein. Die Koalition spielt die Pläne. Nur bei den Netzhierern, da regt sich keiner der Politiker, Politikerin auf. Das muss sich ändern. Es ist gut, dass beide Tarifpartner in die Schlichtung gehen und hoffentlich beide eine Lösung finden. Und der Schlusssatz ist der Entscheidende. Die gesamtgesellschaftliche Diskussion über den Wert der sozialen Berufe und kindlicher Bildung muss dann aber erst beginnen. Ja, liebe Kolleginnen und Kollegen, alleine eine bessere Bezahlung hat noch nicht erreicht, dass die Personalbemessung, dass eure Arbeitsbedingungen, dass Bildungspläne auf den Weg gebracht werden. Wir sind bereit, sich das Verwohrn auf der Zeit zu geben. Ja, diese Kampagne lautet richtig gut, weil wir natürlich auch wirklich vorhaben, um die Qualifikation und um die Qualität nach dem Tarifverhandel und zur Eingruppierung zu kümmern. Weil die Frau Schwesig will eigentlich bundesweite Standards haben und sie sagt, dafür reichen nicht 1,2 Milliarden, wir brauchen dafür 10 Milliarden. Und es ist relativ klar, um 10 Milliarden zu bekommen, dafür braucht man langen Atem, die werden wir haben, liebe Kolleginnen und Kollegen. Das kann doch nicht wahr sein, dass wir in Europa eine Welt da umringen, wo die Bundesrepublik Deutschland ihren Stand hat. Und zwar in der Produktivität und hinsichtlich des Wertes der produzierten Materien. Liebe Kolleginnen und Kollegen, dazu muss man Bildungsrepublik werden wollen. Aber es geht doch nicht, dass 16 Bundesländer 16 unterschiedliche Kita-Gesetze haben, 16 unterschiedliche Bildungspläne, 16 unterschiedliche Finanzierungen. Es geht darum, dass wir das einleitig umgekommen. Ja, und ich bin viel in den vergangenen Wochen rumgekommen. Und natürlich würde ich es gerne sehen, wenn wir auch erreichen, dass wir über die Kolleginnen gesprochen werden, die in blinden Stiften, in Werkstätten für Behinderte arbeiten, die keiner sieht, welche wertvolle Arbeit sie leisten. Die Journalisten, die hier sind, sind rechtwärtslich eingeladen, sich mal eine Stunde Zeit zu nehmen, um deren qualitativ hochwertige Arbeit anzuschauen. Wir haben da viel zu tun. Ja, und um Kindesvoll zu reden, das kann man. Aber dann begleiten Sie doch mal als Journalisten, als Sozialarbeiter, die entscheiden müssen, ob man ein Kind aus einem Haushalt, aus einem Elternhaus herausholen darf oder ob es muss. Und dann muss man sich auch mal als Journalisten Meinung bilden, was passiert denn, wenn man einen Fehler macht. Diese Garantenstellung hat kein Bürgermeister, sie hat keinen Jugendamtsleiter, sondern ihr seid diejenigen, die die hier in die Stimme machen. Meine Diskussion, bei euch ist mir klar. Was passiert denn in einer Schlichtung? Es ist ganz einfach. Nicht der Herr Milbrat und nicht der Herr Schmalstück sind entscheidend. Sie sind sehr wichtig. Herr Milbrat hat gesagt, ich fühle mich eher als Eheberater als als Schlichter. Da hat er recht. Ich sage mal eins. Wir brauchen die Unterstützung der Arbeitgeber in der Schlichtung. Aber ich sage auch, die brauchen auch unsere Stimme für eine Schlichtungsempfehlung. Weil wenn man eine Schlichtung macht, dann muss das Ziel sein, ein Kompromiss zu erzielen, der im Tarif nicht erreichbar war. Und wir sind dafür bereit, aber relativ deutlich. Es geht nicht nach Dr. Böhle, dass man hierbei ein Komma ändert, da war eine Tätigkeit ändert. Wir wollen für alle Beschäftigten in dem sozialen Bereich, in Kindertagesstätten, für Kinderpflegerinnen, für Erzieherinnen, für Leitungskräfte. Wir wollen Aufwertung. Und wir streiten mit den Arbeitgeber in der Schlichtung darum, dies zu erreichen. Wir haben 2009 für viele nicht bemerkt erreicht, dass die Abwertung verändert werden konnte. Es deutet sich möglicherweise an, dass wir den Durchmarsch komplett nicht schaffen. Aber wir sagen den Arbeitgebern, wenn das nicht möglich ist, jetzt mit kompletter Aufwertung, dann wollen wir ein Sonderkündigungsrecht haben, liebe Kollegen und Kollegen. Und dann werden wir einen langen Atem haben. Wir werden unsere Aufwertungsdebatte nicht beenden. Diese Kampagne wird auch mit der Schlichtung kein Ende finden. Danke für eure Unterstützung. Vielen Dank für die Kampagne. Vielen Dank.